Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde. Hier ist Ali Reza, der Geschichtenerzähler und herzlich willkommen auf dem Kanal Hollywood Strategie. Hier befassen wir uns nur mit Geschichten und Storytelling. Hier befassen wir uns nur mit erfolgreichen Kommunikation und welche Mechanismen dahinter stecken, so dass wir mit Storytelling, mit erfolgreichen Mechanismen der Kommunikation, unsere Ideen und unsere Botschaften und letztendlich unsere Produkte und Dienstleistungen besser und stärker präsentieren können. Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen und ich nenne sie, wo ist Gott? Und wenn ich sage, wo ist Gott, liebe Freunde, dann will ich nicht, dass ihr beim Wort Gott erstmal abschreckt und sagt, oh Gott, es geht hier um Gott, es geht hier um Religion und lasst mich in Ruhe damit. Auf keinen Fall. Bitte betrachtet das Wort Gott hier an dieser Stelle nicht unbedingt als etwas Religiöses oder als etwas Zugehöriges zu einer bestimmten Religion und denkt, ich würde jetzt irgendeine Religion propagieren um Gottes Willen, sondern betrachtet das Wort Gott in dieser Geschichte als das Licht, das in jedem von uns existiert, als das Licht, das in jeder Brust, in jedem Herzen ist und dort ist es rein. Es hat dort keine Religion, es hat dort keine Zugehörigkeit zum Islam oder zum Christentum oder zum Judentum oder zum Hinduismus oder zum Hare Krishna oder zum Hare Krishna oder zur irgendeiner Religion, die ihr mögt oder nicht mögt. Wovon ich rede, ist die allgemeine Seele der Menschheit eines jeden Menschen. Und darüber will ich euch eine wunderbare Geschichte erzählen. Soll ich loslegen? Seid ihr bereit? Also los geht's! Eines Tages, eines Tages, eines Tages zu Anbeginn der Zeit, da gab es noch nicht mal die Zeit, es gab nur Gott. Und Gott, dem war langweilig, denn er hatte die Galaxien geschaffen, er herrschte über den Himmel, über das Universum und das Universum war wunderschön und er sagte sich, nun gut, alles ist in vollkommener Harmonie, alles ist in vollkommener Schönheit, aber es ist ein bisschen langweilig, mir ist langweilig, ich brauche ein bisschen Unterhaltung. Nun, was fiel ihm ein, so schuf er die Erde. Und als er die Erde schuf, da wollte er die Erde bevölkern, da schuf er den Menschen. Und der Schlamassel fing an, liebe Freunde. Nun gut, die ersten Menschen aber, liebe Freunde, die der Gott schuf, die waren ihm sehr nah, die waren ihm sehr ähnlich. Sie kamen aus ihm heraus und er schuf die Menschen und schickte sie auf Erden, damit diese Menschen ihn unterhalten. Aber da diese ihm so nahe waren, fanden sie den Weg zu ihm, den Weg zu Gott und den Weg zu Paradies, in Windeseile wieder zurück. Und so wurde Gott um seine Unterhaltung gebracht und sagte sich, mein Gott, ich meine, ihr wisst schon, er beschwerte sich bei sich selbst, das war zu einfach. Der Weg von der Erde wieder zu mir, zum Himmel, für den Menschen, das war zu einfach. Wie kann ich den Weg zu mir, wie kann ich den Schlüssel des Paradieses so verstecken, dass der Mensch nicht so schnell zu mir findet? So, dass ich ein wenig Unterhaltung habe und so, dass er, dass es erst ihm gelingen muss, seinen Geist zu kultivieren, seinen Herzen zu kultivieren, sein Leben toll zu gestalten und dann über diesen Weg erst zu mir zu finden. Also, wo kann ich dieses Geheimnis, den Schlüssel des Paradieses, nur verstecken, damit er es nicht so schnell findet, damit es für ihn nicht so einfach ist? Und so rief er seine Berater, rief er alle Engel, die er zu diesem Zwecke geschaffen hatte und sie waren um ihn herum gescharrt und Gott sagte, nun, macht mir einen Vorschlag, wo soll ich diesen Schlüssel des Paradieses verstecken, damit der Mensch es nicht so schnell findet, ihn nicht so schnell findet. Und die Engel machten Vorschläge, sie betrachteten die Erde, diese wunderschöne Kugel, diese wunderschöne Erde und sagten, nun, schau dir die Meere an, sie sind tief in den Tiefen der Meere, solltest du bitte diesen Schlüssel verstecken. Und Gott sagte, nein, der Mensch ist zu intelligent, er wird Schiffe und er wird U-Boote schaffen, mit denen er tausende Meter unter die Meere gelangen kann und dort wird er den Schlüssel des Paradieses finden, das ist zu einfach. Und die Engel schauten auf die Erde und sahen die Berge, wie die Berge nach hoch hinaus ragten und sie sagten, wir haben es. Verstecke den Schlüssel des Paradieses an den Gipfel dieser Berge, die sind 7000 Meter, gar 8000 Meter hoch. Dort wird er nie hingelangen. Und Gott sagte, nein, der Mensch ist viel zu intelligent, viel zu wissbegierig, viel zu abenteuerlustig. Er wird, der ist, der ist sowieso, schaut ihn euch an, er ist nach außen gerichtet, seine Aufmerksamkeit, er will nur entdecken, er wird auch diese Berge besteigen und den Schlüssel des Paradieses ganz einfach dort finden. Das ist zu einfach. Und die Engel schauten auf die Erde, sahen den wunderschönen Himmel gewölbt über die Erde und sagten, wir haben es. Verstecke den Schlüssel des Paradieses im Himmel über den Wolken, dort wird er es nie finden. Und Gott sagte, ach, der Mensch ist viel zu intelligent, er wird Flugzeuge bauen, er wird Geräte bauen, mit denen er den Himmel erobern wird, er wird sogar den Mond bevölkern. Mann, das ist zu einfach. Und als Gott das sagte, fiel ihm selbst plötzlich ein. Mein Gott, ich hab's, sagte er. Ich weiß, wo ich den Schlüssel des Paradieses verstecken soll. Dieses Wesen, wie gesagt, dieses Wesen ist zu abenteuerlustig, dieses Wesen ist nach außen gerichtet, dieses Wesen will nur entdecken, will um sich reißen. Aber, wann schaut er mal nach innen? Ich hab's. Wir werden den Schlüssel des Paradieses, den Weg zu mir, in seinem Herzen, tief in seinem Herzen, dort werden wir ihn verstecken. Und nur, nur wenn er nach innen schaut, nur wenn es ihm gelingt, dort zu suchen, wird er dort den Schlüssel des Paradieses verstecken. Und seither, liebe Freunde, wartet Gott, manch einer sagt auch, wartet Gott vergeblich darauf, dass der Mensch nach innen kehrt, dass der Mensch sein Herz öffnet, nach innen schaut und dort den Schlüssel des Paradieses entdeckt und zu Gott findet. Nun, ihr Lieben, ich bin vollkommen davon überzeugt, dass ihr diejenigen seid, die gerade hier zuschauen, dass ihr diejenigen seid, die oft nach innen schauen und oft den Weg des Paradieses und den Weg zum Schöpfer findet. In diesem Sinne ist alles gesagt worden, was ich sagen wollte. Das war das Ende meiner Geschichte, ihr Lieben. Ich freue mich auf euch. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Ich freue mich darauf, dass ihr wiederkommt und dass ich euch wieder eine Geschichte erzählen darf. Das wird höchstwahrscheinlich schon morgen passieren. Also solltet ihr vielleicht diesen Kanal abonnieren, wenn ihr ihn schon nicht abonniert habt. Und wenn ihr noch mehr Geschichten hören wollt, wenn ihr noch mehr Storytelling bekommen wollt, wenn ihr tiefer in die Gefieder, in die Tiefen, in die Abenteuer des Geschichtenerzählens eingeweiht werden wollt, dann besucht meine Webseite. Und meine Webseite lautet, ich zeige es euch, ich habe auch das als Link da unten bestimmt eingefügt. Und die lautet Ali Reza, also mein Name, Bindestrich, mein Nachname, Soka Ifar, ist ein Zunkenbrecher, merkt sich keine Sau, .de. Aber der Link ist unten. Es ist nur aliresa-sokaifar.de. Der Link ist unten. Klickt auf diesen Link, da landet ihr auf eine wunderbare Seite. Da habe ich Geschenke für euch hinterlegt. Da werde ich immer wieder neue Artikel, neue Blogs, neue Videos für euch hinterlegen. Kommt dahin und ihr werdet verzaubert werden. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Hier war Ali Reza, der Geschichtenerzähler. Bye-bye, jetzt mache ich die Kamera aus und jetzt seid ihr dran. Ciao.